Na chui, Bleh, Novka hier. Ich war letztens mit Busera unterwegs. Was heißt letztens, das war jetzt so vor 2, 3, 4 Tagen irgendwie so. Meine Stimme war doch noch relativ im Eimer. Also bitte ich das von vornherein schon mal zu entschuldigen. Und ich hab mal die MP5 gespielt. Ich war mit Busera auf Schorle unterwegs und ich hatte die Aufnahme zufällig laufen. Und der Raid war im Endeffekt so geil, dass ich euch das einfach nicht vorenthalten wollte. Ich lass das so komplett ungeschnitten. Denn ich höre ja auf eure Vorschläge und so. Und da wurde mir schon ein, zweimal gesagt, dass ich doch an manchen Stellen doch lieber meine Klappe halten soll. Und genau das mach ich jetzt auch. Also viel Spaß. Du wolltest Schorle nicht spielen, mir ist es völlig wurscht. Ich lauf nur mit. Ja gut, wenn ihr nicht spielen willst, dann hätten wir sie doch nicht spielen müssen. Du kennst meine Meinung zu Schorlein. Nee, nicht so ganz. So, ich meine, du liebst die Map nicht, aber... Bist du nach oben, oder? Nee, oh fuck, ich breach. Zweite, dritte. Zweite? Weil mit dir spiele ich Schorlein sowieso nicht so gerne, weil du immer verschwindest irgendwie. Ich verschwinde? Ja. Mach hokus pokus, oder was? Gefühlt irgendwie, ja. Ja. Ja, dann ist es mir egal. Hier ist ne Weste. Weißer. Ja, brauch ich nicht. Oh, hier rennt was. Unten. Hier, das ist unten. Könnte auch oben sein. Nee, ist Alu draußen. Gesprungen. Jetzt Holz. Ja, kommt hoch. Also ich hab den Gang, wo wir herkamen. Ja, genau. Da müsste er dann auch kommen. Am Ende vom Gang, bei uns. Da, wo wir hergekommen sind? Ja. Schießt du? Nein. Dann sind an beiden Gangenden jemand. Fuck. Du hast ne Tür geöffnet? Ja, damit ich hier rein kann, falls ne Granate rankommt. Wirfst du? Ja, ja. Ich loote mal weiter. Ist über uns. Ja, einer von der einen Seite. Du lebst noch? Ja. Da, alle Waffenschränke leer. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Nee, das ist ne Lootarme Runde. Kannst du vergessen. Wer kommt näher? Und draußen im Busch ist was? Ich hab den einen Typen erwischt. Ja. Er hat draußen ein Bot getötet. Hier gucken, ob da noch einer ist. Warte und Granate. Nicht von mir. Oh, ich hab zwei gekillt. Ja, lol. Ich hab. Izon. Geht mein Novka. Ich rät schon mal. Ja. Was machst du denn hier? Ich hab fettes Loot. Ja, ich nicht. Ich hab quasi noch gar keinen Loot. Nade irgendwo. Ah, direkt vor mir. Willst du ne Fort Armor? Ja, ja. Dir geht's nicht nein zu sagen, sag ich mal. Oh, fuck. Noch ne Nade. Kommen wir mal nach hier hinten. Ist bei dir. Ja, okay. Zeig mir jetzt den Rucksack. Ich hab den Rucksack. Na, der kommt näher. Siehst du ihn? Nö. Glaub ich zumindest nicht. Kann ich jetzt fix looten? Ja. Nein, er ist da. Wo? Am Ende vom Gang rechts irgendwo. Der hat mein Kopf hindertroffen. Der lebt immer noch. Der hebt irgendwo rum. Ist die Fortarmor, die du mir versprochen hattest, noch heile? Äh, 27 Punkte oder so. Ja gut, das ist auf jeden Fall jetzt genug. Hier in dem hinteren? Weiß ich nicht, muss gucken. Ja, 22 Punkte, okay. Können wir ihn rushen, wenn du möchtest. Natürlich, ich muss Max voll machen. Mit leeren Max renne ich ja nicht rein. Der hat auch eine MK3, wisst du. Ja, ich habe schon eine mitgenommen. Gut, ich würde die halt nehmen. Oh Leute, eine Lavelle der 51. Äh, er rennt. Aber wohin? Keine Ahnung. Weg oder zu uns? Weiß ich nicht. Du hast doch auch Kontext auf. Ja, ich habe es aber nicht gehört. Ja, können wir jetzt rushen oder nicht? Ja, ich bin ready. Hä? Was machst du? Warum, hast du mich hier eingesperrt? What the fuck? Du hast dich selbst eingesperrt. Nein, du bist hier reingerannt. Da hast du mich hinter die Ecke gepusht. Ja, ich bin hier reingerannt. Ja, ich bin hier erst dran. Du bist hier jetzt dran. Warum mir ist hier? Ich brauche mir schon, doch hier zu sein. Ich bin hier auch. Der ist noch vorne irgendwo, weil hier ist die Granate explodiert. Hier draußen nickt ein Toter. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er oben am Loch. Ist ja richtig, aber dann hätte er nicht auf uns schließen können da hinten. Vielleicht ist er jetzt hochgelaufen. Der ist hier vorne irgendwo im Gang. Wer so ich? Ich sehe seinen Laser, links um die Ecke hier. Weiß nicht wer ein von uns bei ihm hat? Keine Ahnung, ich habe aus seinem Kopf auf jeden Fall getroffen. Noch einer. Ja. Ich bin gut getroffen. Der ist da links in der Ecke irgendwo. Nice. Du hast ihn. Noch einer von hinten. Ja. Ich sehe ihn nicht. Wo bist du? In dem Raum hier. Ich heil mich gerade hoch und danach muss ich mal Mac drinnen. Ich fange jetzt mal an mit Mac drinnen. Alles klar bei dir? Ja. Genau. Ich weiß noch eine Granate. Du rennst? Nein. Du rennst? Nein. Du rennst? Draußen. Du rennst. Du rennst? Du rennst? Du rennst? Ja. Du rennst? Das ist was zu überhalten. Irgendwohin im Raum. Also bei mir ist alles schwarz gefühlt, ne? Beine, stomach, arm. Der, der auf uns geschossen hat? Ja, ich bin hier. Da, wo wir gekommen sind. Ja, ich habe die andere Seite hier. Ja, die zwei Typen hier haben doch Waffen. Die wir gerade gekillt haben. Kann ich jetzt einfach hingehen? Ja, einfach Waffe und Weste. Gutes? Hätte er auch Vorder-Fast MT. Hätte er gekillt gehabt. Der ist von mir? Der eine ist von mir hier. Oh, ich habe die Seite hier. Der Steps. Könnte auch unten sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe ein Skep niedergemacht. Du schießt? Nein. Wollen wir nicht einfach schnell looten und abhauen? Weil ich muss raus. Ja, ich bin am looten. Okay. Seitdem bin ich fertig. Wo bist du? Hier an der Treppe. Ja, ich würde gerne looten, aber hier rennt noch einer rum. Direkt bei uns. Das ist gerade so mein Problem, was ich die ganze Zeit habe. Ist ja richtig, aber was soll ich denn machen? Gut, ich loote schnell den anderen. Ja, dann loote. Auch MK3. Fuck off, ey. Ja. Der rennt oben oder kommt gerade bei dir? Ich weiß es nicht. Nee, bei mir ist es nicht. Okay. Von oben oder unten. Alter. Ja, bei einem. Ja, chill. Von unten. Okay, lass uns gehen. Ja? Lass uns gehen. Und einer auf unserer Höhe? Nee, der ist über uns. Einer hat er? Ja. Einer safe girl von unter uns. Der hatte nämlich hier hoch geschossen. Lass uns den alten Weg rausgehen, den wir gekommen sind. Ja, bei dir am Arsch ist ein Laser. Ja, das ist der von dem Toten hier. Ja, ja, ich weiß nicht wo es. Die Bock. Rennen. Link dran, hier war aber noch einer. Ja, ich hab die Augen offen. Ich glaub hinter uns rushen die jetzt. Ich kann nicht aufstehen jetzt. Raus mit dir. Hier geht's in den Keller. Einfach neu. Alter, MP5 for the win. Ja. Aber die brauchen halt super lange, die die umkippen. Nee, du musst nur ins Gesicht treffen. Wo geht's lang? Erstmal Skiff weg machen. Ja, lass mich den Skiff. Ich brauch den Skiff-Kill. Ja, hier oben ist ein Spieler irgendwo. Irgendwo unten beim Bus-Depot. Ja, dann lass den. Wir sind laut. Also ich bin zumindest laut. Du hast nur an ASY am Arsch. Na ja, stimmt. Ich seh ihn da. Er steht da auf dem Platz neben dem Bus. Ah ja, ich seh ihn auch. Noch einer, links daneben. Einer down. Wo ist die andere? Der ist nach rechts weggelaufen. Einer wieder am Bus. Los. Ah, und der letzte ist da hinten. Ja, lass abhauen, Digga. Du bist komplett im Arsch. Ja, ich weiß. Ja. Hab ich doch gesagt. Ja. Dann los. Let's go. Ja, du kennst den Weg, nicht ich. Ja, warte. Wo ist denn unser Exit? Keine Ahnung. Roto Customs, okay. Roto Customs kennst du hier aber selber auch. Ich bin tot. Fuck. Hi. Ich geh schon fast 5 Minuten mehr. Wir werden mal kurz aufkommen. Ja. Wenn du es gesagt ou besser mindful되on. Dannen wir mit 3 Minuten mal. gonnaертв enterd cổ which will kann, für uns auf einmal in mir einfach gehen oder anderen. Dannen wir doch mal just aufではum going. Vielleicht, démons übrigens. Io, das mal Jerusalem. Sobrechen Hampton. Dann an, ich Sie entdehe, Vielen Dank. 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 So, und? Hast du es überlebt? Ja. Ich habe mir noch schnell deine ASW in einen Doktor geknallt, genommen und dann bin ich jetzt weggelaufen. Ja. Ja. Ich bin halt in dem Moment, dass die ASW, das war ja auch das ganz komplette Müll ist. Sorry. Sorry, das war in dem Moment nicht im Kopf. Ach, alles gut. Du bist gestorben, nicht ich. Ja, nee, ich meine so an mich selber. Sorry. An mich selbst so. Das Problem ist, ich habe ja auch. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht mehr. Ich habe ja auch noch dabei, aber ich sehe ja schon CCP und es ist offen, also alles gut. Aber holy shit ey, das war mal ein Run. Das ist halt bloß ein Server, weißt du. So, jetzt habe ich ja gesagt, wenn ich sterben sollte, werde ich einen M4 nehmen. Dementsprechend nehme ich jetzt einen M4. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich direkt am Anfang, wo der erste Typ kurz gepiecht hat, dass ich den schon down gemacht habe. Ich dachte, der wäre nur durchgelaufen. Ja. Du bist ja ein Tier, sind wir ehrlich, ja. Ja, das stimmt. Mein Gott, ich extracte. Wat für Loot, Alter. AK-105, AK-74M, ASW, Giselle, FastMT, MK3. Ich hatte ja auch noch einen FastMT, hast du den nicht auch noch mitgenommen? Nee. Ich hatte ja auch einen auf. Achso. Ja, okay. Aber fast. Ja, stimmt. Ich hätte ihn noch mit dem Rucksack packen können und den anderen Helm raus. Aber ich wollte einfach nur ganz, ganz schnell das Wichtige und dann weg. Ich habe drei Spieler gekillt, Alter. Alle Headshots. Und der Skeff auch Headshot. Ja, ich habe auch einen gekillt. Krass, Alter. War ein anständiger Run, würde ich an der Stelle jetzt nur sagen, ja.